Werde übernatürlich. 15 Minuten Meditation von Dr. Joe Dispenza. Hallo und herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation von Dr. Joe Dispenza, inspiriert von seinem Buch Werde übernatürlich. Diese Meditation wird dir helfen, deine innere Kraft zu entfalten und eine tiefere Verbindung zu deinem wahren Selbst und dem Universum herzustellen. Finde einen ruhigen Platz, setze dich bequem hin oder lege dich hin und lass uns beginnen. Schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Konzentriere dich auf deinen Atem und lass alle Anspannungen los. Spüre, wie du mit jedem Atemzug ruhiger und entspannter wirst. Erlaube deinem Körper, schwer zu werden und in den Moment zu sinken. Spüre die Unterstützung der Erde unter dir und lass los. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Atme tief ein und aus, während du dich auf die Region deines Herzens konzentrierst. Visualiere, wie ein warmes, strahlendes Licht dein Herz erfüllt. Dieses Licht symbolisiert Liebe, Mitgefühl und Heilung. Fühle mit jedem Atemzug, wie sich dieses Licht in deinem gesamten Körper ausbreitet. Spüre die Wärme und die positive Energie, die von deinem Herzen ausgeht. Wiederhole in deinem Geist, ich bin Liebe, ich bin im Einklang mit meinem Herzen. Erlaube dir, in diesem Gefühl der Liebe und Verbundenheit zu verweilen. Erlaube dir, in diesem Gefühl der Liebe, ich bin im Einklang mit meinem Herzen. Erlaube dir, in diesem Gefühl der Liebe, ich bin im Einklang mit meinem Herzen. Lass alle Sorgen und Spannungen los. Nimm dir Zeit, das Licht in deinem Herzen zu fühlen und es in deinen ganzen Körper strahlen zu lassen. Visualiere, wie dieses Licht alle Blockaden löst und heilende Energie durch dich fließt. Und das Licht in deinem Herzen zu fühlen, die von deinem Herzen zu fühlen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf dein drittes Auge, den Bereich zwischen deinen Augenbrauen. Atme tief ein und visualiere ein strahlendes, blaues Licht, das sich in diesem Bereich entfaltet. Dieses Licht steht für Intuition und inneres Wissen. Erlaube diesem Licht, dein Bewusstsein zu erweitern und dir Klarheit zu bringen. Wiederhole in deinem Geist. Ich sehe klar. Meine Intuition ist stark. Fühle, wie sich das Licht in alle Gedanken los und erlaube dir, einfach nur zu sein, während du dieses Licht in dir aufnimmst. Verweile in dieser Präsenz und erlaube deiner inneren Weisheit, sich zu zeigen. Ver Putin Richte deine Aufmerksamkeit auf die Krone deines Kopfes. Visualiere ein strahlendes, weißes Licht, das sich nach oben hin öffnet und dich mit der universellen Quelle verbindet. Fühle, wie die unendliche Energie des Universums durch deinen Körper fließt. Du bist verbunden mit allem, was ist. Diese Energie nährt und stärkt dich. Wiederhole in deinem Geist, ich bin eins mit der Quelle. Ich empfange göttliche Energie. Erlaube dir, diese Verbindung zur Quelle zu vertiefen. Spüre die Wärme und das Licht, das durch dich fließt, und lass es jede Zelle deines Körpers erfüllen. Verweile in diesem Zustand der Verbindung und des Einsseins. Fühle die unendliche Energie, die dich umgibt und dich durchströmt. Musik 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 Denke jetzt an einen Wunsch oder ein Ziel. das du manifestieren möchtest. Visualiere es so lebendig und detailliert wie möglich. Musik 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 Und jetzt fühle die Freude und Erfüllung, als hättest du dieses Ziel bereits erreicht. Stelle dir vor, wie dein Wunsch im Licht der göttlichen Matrix Gestalt annimmt. Sende positive Energie und Dankbarkeit in das Universum für die Erfüllung deiner höchsten Vision. Wiederhole in deinem Geist, ehe ich manifestiere meine höchste Vision. Ich bin dankbar für ihre Erfüllung. Lass diese Vision in dir wachsen und erlaube dir, die Gefühle der Erfüllung und Dankbarkeit zu vertiefen. Verbringe einige Minuten damit, dich voll und ganz in diese Vision zu versenken und die positiven Emotionen zu intensivieren. Sieh jede Einzelheit deiner Vision vor deinem inneren Auge und erlebe sie mit allen Sinnen. beschäftige euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lass nun alle Visualisierungen los und kehre zu deinem Atem zurück. Fühle die Ruhe und den Frieden in dir. Nimm die Energie und die positiven Gefühle, die du während dieser Meditation erlebt hast, tief in dich auf. Lenke deine Aufmerksamkeit wieder auf dein Herz und fühle tiefe Dankbarkeit. Dankbarkeit für diesen Moment, für deine innere Stärke und für die unendlichen Möglichkeiten, die vor dir liegen. Erlaube dir, in dieser Dankbarkeit zu verweilen. Spüre, wie die Dankbarkeit dein Herz und deinen Geist erfüllt. Verbringe einige Minuten damit, einfach nur dankbar zu sein und die positive Energie in dir zu spüren. Erkenne all die kleinen und großen Dinge in deinem Leben, für die du dankbar bist. Vertraue, wie die Dankbarkeit dein Herz und deinen Geist erfüllt. Vertraue, wie die Dankbarkeit dein Herz und deinen Geist erfüllt. Wiederhole in deinem Geist, ich bin dankbar. Ich bin erfüllt. Ich bin eins mit mir selbst und dem Universum. Atme noch einmal tief ein und aus. Beginne langsam, deine Finger und Zehen zu bewegen. Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen und kehre in das Hier und Jetzt zurück. Nimm dieses Gefühl der Verbundenheit, der Klarheit und der inneren Stärke mit in deinen Tag. Du hast die Kraft, deine Realität zu gestalten und übernatürlich zu werden. Vielen Dank, dass du an dieser Meditation teilgenommen hast. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal für mehr inspirierende Inhalte. Bis zum nächsten Mal.